Herzlich Willkommen bei DRIVOLINO. Heute zeigen wir dir, wie du ganz einfach per App eine Fahrstunde anfragen und diese buchen kannst. Klicke dafür links oben auf die drei Balken auf Kalender. Nun suchst du dir im Kalender einen passenden Termin für dich raus. Sobald du eine für dich passende Uhrzeit gefunden hast, klicke diese an und bestätige diese unten rechts mit dem Haken. Das einzige was du jetzt noch tun musst, ist auf die Bestätigung deines Wahllehrers warten. Solltest du weitere Fragen haben, nimm gerne Kontakt zu uns auf. Dein DRIVOLINO Team